Lean.com ist ein Team von Lean-Experten mit langjähriger Erfahrung in Prozess- und Organisationsoptimierung mit Lean-Management-Methoden. Wir haben eine Kooperation mit einem japanischen Lean-Guru. Unter das verstehen wir auch die Zusammenhänge der ganzen Philosophie und nicht nur die Anwendung von Tools und Methoden. Lean.com wurde im 2011 gegründet. Es war so, dass damals sehr viele Verlagerungen in der Schweiz stattgefunden haben. Das hat mit dem Herzen wehgetan, dass viele Betriebe ins Ausland gegangen sind und die Chancen in der Schweiz nicht mehr erkannt haben. Und das war der Grund, warum diese Firma gegründet wurde. Wir entwickeln Menschen und Organisationen, die in der Lage sind, mehr auf sich zu machen. Das heisst konkret, wir die Befähigen, wir die Begeistern, wir die Begleiten, so dass der Kunde seine Organisation selbstständig weiterentwickeln kann. Viele Kunden sagen über uns, dass wir das Feuer ihren Mitarbeitern übergeben können und somit auch durch das der ganze Lean-Virus sich besser im Betrieb etablieren können. Ist jemandem von euch heute oder gestern etwas aufgefallen, das schiefgelaufen ist? Wir werden 10-15% unserer Arbeitszeit investieren in unsere Innovation, in unsere Verbesserung von unseren Prozessen. Das heisst, wir müssen das nicht mehr nur lernen und umsetzen bei unseren Kunden, sondern bei uns selber auch anwenden. Also Lean-Management ist nicht irgendwie das Produkt, das wir verkaufen, sondern das ist der Spirit, den wir uns haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.